Ach du meine Güte! Wo kommen denn die ganzen Kinder her? Wir haben gehört, dass TJ nicht mehr zur Schule geht. Stimmt das? Bei mir stehen die Wetten 3 zu 1, dass es so ist. Nun ja, ich fürchte, es ist richtig. Er kommt nicht aus seinem Zimmer raus. Dann stimmt es also. TJ schwänzt die Schule. Mein erster großer Knuller als Informant der fünften Klasse. Das ist doch furchtbar für die ganze Schule. Beruhigen Sie sich wieder. Ich muss Sie zur Ordnung rufen. Zur Ordnung? Was reden Sie denn da? Meine Schüler sind alle fahnenflüchtig. Das ist Anarchie. Meine sind auch auf der Flucht. Ich finde das abgefahren. Wollen Sie damit sagen, dass kein einziger Schüler in der Schule ist? Ja, Sir. Wir müssen die Kinder finden, bevor etwas Schreckliches passiert. Ja, wenn das Büro für Ordnung und Erziehung davon erfährt und mir kündigt, wo stecken die Kinder? Ich weiß ganz genau, wo sie sind. Na, was sagen Sie jetzt? Ich bin es und bringe Ihnen wieder mal wichtige Informationen. Als ich sah, wie alle Kinder vom Schulgelände rannten, da wusste ich genau, dass irgendwas nicht stimmt. Also bin ich... Sag mir einfach, wo die Kinder sind. Die sind bei TJ zu Hause. Dieser Löbel. Warum immer wieder diese Deadweiler? Anscheinend weigert sich TJ zur Schule zu gehen und alle anderen sind da, um ihn zu unterstützen. Es ist eine Revolution. Und soweit ich mich in Geschichte auskenne, gibt es bei Revolutionen immer Exekutionen. Freu dich nicht zu früh. Das Beste, worauf wir hoffen dürfen, ist Jugendarrest. Das reicht doch. TJ! 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 Du meine Güte, TJ, dein Protest schlägt ganz schön hohe Wellen, aber du kannst doch nicht für alle Zeiten in deinem Zimmer sitzen. Hey, ich hab meine Comics und ich hab mein politisches Anliegen. Mehr braucht ein vernünftig denkendes Kind nicht. Aber was ist denn mit Essen? Ohne was zu essen, wirst du zu einem Skelett zusammenschrumpfen. Keine Angst, ich hab gestern Nacht die Speisekammer leergeräumt und mich versorgt. Ich hab genug Götterspeisepulver, Spaghetti und Tomatensauce, um eine ganze Weile lang auszukommen. Aber TJ, was ist mit... Keine Sorge, Gus, ich hab mein eigenes Badezimmer. Junge, du hast wirklich an alles gedacht. Ja, und ich würde sagen, alles läuft wie vorgesehen nach Plan. Und was passiert jetzt? Als nächstes wird direkter Prickly auftauchen. So viele Kinder, so viele Menschen hab ich seit Woodstock nicht mehr gesehen. Wie sieht der Plan aus? Soll ich die Polizei rufen? Nein, nein, wir müssen die Sache diskret behandeln. Ich werde selbst mit der Twyler reden. Sollen wir vom Auto aus zusehen, wie TJ Ärger kriegt Miss Finster? Nein, Randall, ich würde sagen, wir sollten uns das aus der Nähe ansehen. Oh, cool. Entschuldigung, könnte ich mal hier... Wenn du nicht willst, dass man auf dich tritt, dann bleibt in der Schule. TJ Satterfiler, als dein Schuldirektor befehle ich dir sofort aus deinem Zimmer zu kommen. Entschuldigen Sie, seit ich nicht mehr zur Schule gehe, sind sie auch nicht mehr mein Direktor. Und ich muss ihre Befehle nicht befolgen. Jetzt kommt schon TJ, wegen dir geht überhaupt keiner mehr zur Schule. Das ist nicht mein Problem, Sir. Also was willst du von mir? Erstmal möchte ich heißes, leckeres Mittagessen in unserer Cafeteria. Und das nicht nur für mich, sondern für alle Kinder in der Schule. Ich will das Kickballfeld zurück, die Basketballkörbe und das alte Klettergerüst und auch unsere Schränke. Ich weiß ja, dass Schulschwänzen falsch ist. Ich weiß, dass Lernen und Üben gut für mich ist. Aber so wie ich die Sache sehe, helfen die neuen Änderungen dabei nicht weiter. Sie machen nur aus unserer Schule einen miesen Laden. Alles, was ich verlange, ist, dass sie uns die Schule zurückgeben, so wie wir sie kennen. Und wenn das nicht gehen sollte, Sir, dann bin ich bereit, die Konsequenzen dafür zu tragen. Ich habe dir doch schon gesagt, dass die Änderungen vom Büro für Ordnung und Erziehung kommen. Ich kann nichts dagegen machen. Tja, dann kann ich da leider nicht runterkommen. Na, das lief gar nicht gut. Das lief überhaupt nicht gut. Was ist denn das? Das ist die Polizei. Juhu, na, wer sagt's denn? Oh nein, es ist nicht die Polizei, es ist das Büro für Ordnung und Erziehung. Kontrollmitarbeiter McLaren und McDooley vom Büro für Ordnung und Erziehung. Oh, hallo, was führt Sie denn hierher? Wir haben gehört, es gibt hier ein Problem. Ich würde das nicht ein Problem nennen. Das ist nur ein harmloser Junge, der sich in seinem Zimmer eingeschlossen hat. Ich habe alles unter Kontrolle. Er ist wohl immer noch da oben. Ja, im Moment schon. Wer hat Sie denn überhaupt benachrichtigt? Wir sind vom BOE und wir wissen alles. Wir übernehmen jetzt, Direktor Prickley. Dieser Fall fällt jetzt in den Zuständigkeitsbereich des BOE. Haben Sie damit ein Problem, dann reden Sie mit den Mitgliedern des Schulrates persönlich. Die sind übrigens da drüben. Was? Die Schulratsmitglieder sind hier? Erstatten Sie Bericht, McLaren. Was gibt es hier für ein Problem? Unsere Informationen waren korrekt. Ein Kind, das nicht zur Schule gehen will. Ich verstehe. Meine Damen, meine Herren, es ist anscheinend wirklich so schlimm, wie wir befürchtet hatten. Die Weigerung, in die Schule zu gehen, ist Alarmstufe weiß. Melden Sie es. Alarmstufe weiß. Ich wiederhole, Alarmstufe weiß. Verstanden. Alarmstufe weiß. Bestätigen Sie. Wird gemacht, bestätigt. Ende. Sir, wir haben Alarmstufe weiß. Gut, ich verstehe. Ja. Ich schaffe das Problem umgehend aus der Welt. Kelly, ich stehe vor dem Haus, in dem sich der 10-jährige T.K. Duttwaller weigert, in seine Schule zu gehen. Er ist unzufrieden mit einigen neuen Maßnahmen des Büros für Ordnung und Erziehung. Wir sind die fünf Mitglieder des Büros mit ihrem Vorsitzenden Milton Brown. Mr. Brown, was hat es mit diesen neuen Maßnahmen auf sich? Sind sie überhaupt gut für unsere Schüler? Studien haben ergeben, dass diese Maßnahmen gut für unsere Schüler und unsere Schulen sind. Der Schulrat und ich unterstützen sie einmütig. Was den jungen T.K. angeht, so sagen die Nachbarn über ihn, dass er ein seltsamer Junge sei, der nirgendwo ohne seine rote Baseballmütze hingeht. Hey, T.J., T.J., du bist in den Nachrichten. Gut gemacht, T.J. Der Vollstrecker des Büros für Ordnung und Erziehung. T.J. Dettwiler. Sie kommen genau richtig, Mr. White, genau richtig. Oh, hallo, Mr. White. Nein, ist das schön, Sie zu sehen, wenn Sie meine Hilfe brauchen. Gehen Sie mir aus dem Weg, Prickly. Sie haben versagt und Sie sind jetzt unerheblich. Sie und Sie kommen mit mir mit. Oh, hallo, was kann ich für Sie tun? Mein Name ist White, gnädigste. Ich komme vom Büro für Ordnung und Erziehung. Meine Kollegen und ich würden sehr gerne mit Ihrem Sohn Theodor reden. Das ist nicht nötig, ich habe meinen Mann schon angerufen. Er kommt in einer halben Stunde, wenn der Verkehr es zulässt. Ich habe natürlich erwartet, dass so eine liebevolle Mutter wie Sie so etwas sagen würde, Mrs. Dettwiler. Ach, wirklich? Und ich stimme Ihnen voll zu. Es gibt nichts, was so wichtig für den Charakter eines jungen Mannes wäre, wie die direkte Kommunikation mit seinen Eltern. Ich weiß noch, wie ich bei meinem Papi auf den Knien saß und mit ihm Informationen austauschte. Oh, das ist ja wundervoll. Ja, nicht wahr? Aber leider können wir keine halbe Stunde mehr warten. TJ ist ein sehr schlechtes Vorbild für die ganzen unschuldigen anderen Kinder da draußen. Jeden Augenblick kann sich sein Ungehorsam in ihren leicht zu beeinflussenden Gehirnen festsetzen und sich auf andere Kinder, Freunde, Verwandte, E-Mail-Partner ausbreiten. Ungehorsam führt zu Chaos und Wahnsinn. Und Wahnsinn ist sehr schlecht für kleine Kinder, finden Sie nicht auch, Mrs. Dettwiler? Ja, ich denke, Sie sagen genau das Richtige. Dann lassen Sie mich Ihrem und allen anderen Kindern auf der Welt helfen. Das Büro für Ordnung und Erziehung wird es für Sie tun. Ach so, dann ist es ja gut. Sein Zimmer ist oben links. Danke, Mrs. Dettwiler. Könnten Sie mir ein Tesschen Tee aufsetzen? Ich verdurste. Geht doch nöslicher, Kaffee. Hallo, Mr. White. Lange nicht mehr gesehen. TJ Dettwiler. Ich vermute, du bist immer noch stolz auf dich, weil du mich bei unserem letzten Problem besiegt hast. Ich will sie nicht besiegen, Sir. Ich will nur das Richtige tun. Also fragen Sie mich gar nicht erst, ob ich da rauskomme. Oh, ich will dich gar nicht verraten, ob du rauskommst. Wirklich nicht? Oh nein, TJ, das hat ja direkt nur Prickly schon versucht. Von mir aus kannst du so lange da drin bleiben, wie du willst. Ach ja? Ja, aber du darfst mir keine Vorwürfe machen, wenn das Leben deiner Freunde vielleicht etwas, na wie soll ich sagen, ungemütlich wird... Wovon reden Sie, Mr. White? Naja, wenn du nicht zur Schule gehst, nehme ich doch an, dass deine Freunde hingehen. Ich weiß, dass der Schulrat darüber nachdenkt, einen Zwölfstunden-Schultag einzuführen und die Nährpaste mit Brokkoli und Lebergeschmack zu verfeinern. Ich habe natürlich versucht, sie davon abzubringen, aber wenn ich nicht mal ein Kind dazu kriegen kann, sein Zimmer zu verlassen, wer nimmt mich da noch ernst? Das ist ein gemeiner Trick, Mr. White. Man kann nichts gegen gemeine Tricks einwenden, wenn sie der Allgemeinheit dienen. Okay, dann haben Sie gewonnen. Ich werde meine Tür freiräumen und rausgehen. Vielleicht ist mein Tee schon fertig. Das ging ja schneller, als ich vermutet hatte. Ach, was zum... Dickweiler! Das war ein gemeiner Trick! Dickweiler! Wo steckt ihr? Die Elster ist ausgeflogen, die Elster ist ausgeflogen! Stehen Sie nicht so dumm rum, er ist wahrscheinlich aus dem Fenster geklettert. Da draußen ist er nicht. Das ist unmöglich, wenn er nicht draußen ist und auch nicht hier drin, kann er nur noch... Aha, da bist du ja! Dickweiler! Ich sagte ihm ja, dass ich mein Zimmer verlasse. Jetzt setze ich meinen Protest auf dem Dach fort. Wie du willst, Junge. Ich komme ganz leicht aufs Dach. Zum Hubschrauber, Männer! Oh ja! Ups! Das mit dem Schuldirektor kann ich abhaken. Ich werde wohl auf dem Hummerkutter meines Bruders in Alaska arbeiten müssen. Hilfe! Hilfe! Dir helfen? Warum sollte ich dir helfen, Dickweiler? Dank dir verliere ich meinen Job, während du da am Dach rumhängst. Am Dach rumhängst? Halte durch, Tee-Jay! Ich komme! Geht mir aus dem Weg! Lass mich durch! Was ist denn los? Und wo ist Tee-Jay? Wer ist da hinten? Ich brauche eine Leiter! Schnell! Ich komme, Tee-Jay! Ich kann mich nicht länger halten, Sir! Nur noch eine Sekunde! Hier ist eine Leiter! Haltet sie fest, Kinder! In Ordnung. Bei drei ziehe ich dich an deiner einen Hand hoch, während du dich mit der anderen hochziehst. Verstanden? Ja, Sir! Eins, zwei, drei! Und dieses Spiel! Danke, Sir! Tee-Jay! Bist du wahnsinnig, sich in einem Zimmer einzuschließen, ist eine Sache, aber hier oben hättest du draufgehen können! Ich weiß, es war total dumm von mir. Ich weiß auch nicht, wie ich darauf kam. Dieser ganze Protest ist außer Kontrolle geraten. Du wirst eine Menge Ärger kriegen, wenn es vorbei ist. Aber irgendjemand musste sich doch für uns Kinder einsetzen. Ich meine, Sir, normalerweise wäre das Ihr Job, für uns Kinder einzutreten. Ähm, ja, ähm, naja... Schon gut, ich verstehe. Ihr Erwachsene müsst euch um den Lebensunterhalt kümmern. Ihr müsst euch Autos, Hosen und Häuser kaufen. Aber ich bin nur ein Kind. Ich kann nicht dabei zusehen, wie anderen, die ich mag, übel mitgespielt wird. Denn das Einzige, was ich zu verlieren habe, ist meine Selbstachtung. Prickly, gut gemacht! Sie haben ihn geschnappt. Bringen Sie ihn sofort hier runter, dann sorge ich dafür, dass Sie befördert werden. Nein, Sir! Das kann ich nicht mit gutem Gewissen tun. Das ist nicht der richtige Zeitpunkt für Spielchen. Bringen Sie den Jungen runter oder es kostet Sie Ihren Job. Sollte ich meinen Job nur dann behalten, wenn ich Ihren lausigen Maßnahmen zustimme, will ich ihn nicht mehr. Ich will mir auch meine Selbstachtung bewahren.